so ich bin wieder da ich nehme noch mal diese runde hier auf dachte ich mir moniale und ja das ist doch nur noch einer übrig nein im letzten moment noch hat er mich die sind echt übertrieben ist das hans oder ein verwandter von hans hat uns fast ausgerottet ok da wie viel das aushält ok heilige ok wow als er wie viel wie viel kann denn dein schädel noch ertragen kampf der ära oder schlacht des jahrtausends ein einzelner ein einzelner ja hier 10.000 years later ein einzelner armbrust schütze beschießt den letzten gegner mit adamantium scheinbar ja ja ach das war die letzte ok das hat die letzte runde alles klar ja so viel dazu da mache ich es aber nicht mit ja das war der horde modus da war sehr eintönig das war es auch schon mit dem video glaube ich ja drei minuten kriegt das vielleicht doch irgendwie voll mit mit einem kämpfchen oder so kaltes match kontraband oder spielmodus ähm deathmatch äh kontraband äh kontraband äh äh ja so spontan jetzt was das ist ein bisschen interessant ja und jetzt ach match beginnen steht ah ok spiel 300 punkte erzählt gewinnt das match ok ist das diese 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 art von duel mal gucken ich hoffe ich war jetzt nicht da hoch so oder so w aggregiert es gibt ja vom nicht so schnell eigentlich scheinbar ok was gibt es denn hier? ja nein hilfe vier ok fünf entschuldigung lachen danke vier fünf eins hallo hoch folge mir respektieren fünf sturm hm ja wow oh der ist ja abgespuckt kann ich mich eigentlich oh hm ja soviel dazu hm ja wie kriege ich das hier noch voll karls match server browser äh internet nicht voll gamemode äh deathmatch ja na los bitte alte lade sticke nix kürzlich lahn oh matchmaking na toll hm 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 ja ja schon mal gibt es keine server ok und ich dachte hier geht irgendwie noch ein duell mal ja oh Oh, nein, ich gehe im Overlay, gehe weg. Ja, okay. Ja, das war der Sieg. Ich würde sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Das war jetzt nicht ein sehr kurzes Video, aber ja, kann passieren. Also bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.